Hi Leute, willkommen mal wieder zu einem Umbau- und Umstyling-Video hier bei Familie Reuss. Wir gestalten heute die Outfits und auch die neue Frisur von klein Mara hier. Ihr seht schon, ich habe hier eine süße Zöpfchenfrisur ausgesucht. Ich glaube, die habe ich tatsächlich bisher noch keinem der Kinder gegeben. Also die habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht verwendet. Ich wusste gar nicht, dass ich die habe. Und geben ihr natürlich auch ein paar neue Outfits. Und das gleiche machen wir auch mit Valerie. Und beide bekommen auch ein neu gestaltetes Zimmer. Genau, das ist so der Inhalt des heutigen Videos. Und ja, Maras Lieblingsfarbe hier ist violett. Entsprechend habe ich natürlich auch viel ihrer Outfits mit dieser Farbe gestaltet. Zum Beispiel dieses süße Oberteil hier. Und halt auch die Frisur, die sie in fast all ihren Outfits trägt, hat halt so eine süße violette Spange. Und deswegen fand ich das ganz passend. Und ja, es gab ja auch schon so ein paar Ideen, was Mara tatsächlich machen kann. Jetzt, wo sie älter ist, beziehungsweise sie war ja bisher ein Kleinkind. Und ja, jetzt werden wir so langsam anfangen, so richtig Hobbys für sie zu entwickeln. Was ich auf jeden Fall super gerne machen würde, ist mit ihr schwimmen zu gehen. Also wir haben ja ein Schwimmbad in der Welt. Das ist allerdings ein Freibad. Ich weiß nicht genau. Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo noch mein Schwimmbad platzieren kann, was ich ja in der Hausbaureihe gebaut habe. Oder ob wir auf irgendeine andere Art und Weise halt ganzjährig schwimmen können. Dass wir da halt nicht im Winter bis hier draußen schwimmen müssen mit der Kleinen. Das wäre vielleicht eher ein bisschen uncool. Solange das Wetter noch schön ist, können wir auf jeden Fall in das Freibad gehen. Aber ja, da werde ich gucken, ob wir da irgendwelche Möglichkeiten für finden. Also das möchte ich auf jeden Fall mit ihr machen. Ich glaube, das ist was, was ich generell eher wenig gemacht habe in Sims bisher. Vor allem, weil man in Sims 3 ja auch nicht die Sims einfach so schwimmen lassen kann. In Sims 4 kann man die ja einfach herumschwimmen lassen. In Sims 3 machen die das halt leider nicht wirklich. Aber würde ich trotzdem gerne halt einfach als Hobby für Mara aufnehmen. Weil ja, Schwimmen gehen ist natürlich ein absolut legitimes und cooles Hobby. Und das kann man dem Sim dann ruhig auch mal geben. Und ja, sie hat jetzt zwei Alltagsoutfits. Also wir haben zum einen das erste, was ein bisschen kürzer ist, ein bisschen sommerlicher. Und dann haben wir noch ein zweites mit einem Pulli, das ich ihr gegeben habe. Und ansonsten bei den anderen Outfits haben wir jeweils nur eins ausgewählt. Ich liebe ja dieses süße kleine Kleidchen hier, was ich ihr hier gegeben habe. Und ja, ich finde, das sieht sehr, sehr niedlich aus an ihr. Auch mit der Frisur zusammen und so. Deswegen, ja, ist das so ein Ding. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur meine Perspektive ist. Aber ihr seht es ja hier so ein bisschen an den Farben. Ich habe das Gefühl, Violett steht ihr tatsächlich am besten. Also halt, keine Ahnung, andere Farben stehen hier irgendwie lange nicht so gut wie Violett. Aber könnt ihr ja mal eure Meinung zu sagen, ob ihr findet, dass dieses Blau-Grün ihr auch so gut steht. Aber ich weiß nicht, irgendwie Violett ist schon am besten. Aber ich wollte jetzt nicht tatsächlich, dass jedes Outfit komplett Violett ist. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Aber ja, das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Einfach so von mir persönlich aus. Und was auch noch ein Vorschlag war, was wir auf jeden Fall machen werden, wofür ich auch schon die Sachen platziert habe, ist, ich möchte gerne mit ihr backen. Ich möchte gerne auch, dass sie, wenn sie älter ist, gerne backt. Das ist ja auch so ein Ding, was man in Sims 4 sehr gut machen kann, weil es eine eigene Backenkategorie gibt. In Sims 3 muss man halt die entsprechenden Rezepte für Desserts finden und sowas. Aber das können wir definitiv auch mit ihr machen, so ein bisschen zu backen und da das so als Hobby zu erkunden für die kleine Mara. Und ich dachte auch daran, dass sie vielleicht als Teenagerin auch den ein oder anderen Nebenjob haben wird, weil tatsächlich ihre Eltern gar nicht so viel Geld haben. Also wir sind eigentlich immer so ein bisschen knapp bei Kasse aktuell. Deswegen finde ich, würde das auch gut zu ihr passen, wenn sie nebenbei noch so ein paar, ja, so Nebeneinkünfte hätte. Vor allem halt eben natürlich, wenn sie älter ist. Aber ja, was so irgendwie einen Job angeht, bin ich mir da auch noch gar nicht so sicher. Weil, ne, erstens mal, sie ist jetzt halt auch noch ein Kind. Und ich habe mich da jetzt noch nicht so wirklich festgelegt. Und ich bin natürlich auch immer so ein bisschen auf der Suche nach etwas Neuem. Also etwas, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben. Weder bei Familie Reuss noch in dem Moonlight Let's Play. Und das wird langsam immer ein bisschen schwieriger. Es gibt zwar noch so ein paar Dinge, die man machen könnte. Müssen wir mal schauen, ob ich das auch tatsächlich irgendwie einbauen möchte in das Gameplay. Wir schauen einfach mal. Aber so die ein oder andere Idee, was wir zumindest zwischendrin machen könnten, hätte ich auf jeden Fall. Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Also ich habe mich da jetzt noch nicht wirklich festgelegt. Aber ich finde das mit dem Backen und ich finde das mit dem Schwimmen auf jeden Fall schon mal ein paar coole Sachen. Und ihr könnt auch immer gerne noch weitere Ideen und Wünsche anbringen. Also Sachen, die ihr vielleicht gerne sehen möchtet, die wir vielleicht mit Mara machen könnten. Und vor allem wird sie ja auf jeden Fall noch ein Geschwisterchen bekommen. Das heißt, ja, so ungefähr dann, wenn halt Valerie ausgezogen ist, werden wir noch ein zweites Kind bekommen. Denn mehr Platz als Valeries Zimmer haben wir halt nicht. Das heißt, da müssen wir ja tatsächlich drauf warten, dass dieser Platz wieder frei wird. Aber das soll ja auch nicht Ewigkeiten noch dauern. Deswegen ist das so ein bisschen die Idee dahinter. Und ja, das also die Outfits von kleinen Mara hier. Ich finde sie alle sehr, sehr süß. Ich liebe auch dieses Outfit hier. Ich finde es schade, dass das keine tatsächliche Outdoor-Kleidung sein kann. Deswegen habe ich sie halt so als Alltagsoutfit gegeben, aber fand das irgendwie doch ganz süß dabei zu haben. Und dann haben wir hier die gute Valerie, die ja ihre gesamte Teenager-Zeit schon pinke Haare hatte. Und jetzt als junge Erwachsene dachte ich, könnten wir vielleicht mal die Haare umfärben. Denn gerade wenn man bunte Haare hat, färbt man die, glaube ich, auch gerne mal so ein bisschen um und versucht so ein bisschen andere Farben auszuprobieren. Und ich habe mich hier für einen blauen Schienen, habe allerdings die pinken Strähnen und die pinken Spitzen noch beibehalten. Ich fand das irgendwie sehr süß und halt, ne, ihre Lieblingsfarbe ist und bleibt pink. Deswegen fand ich das eigentlich ganz nützlich, das so beizubehalten. Und zu sagen, sie behält ihr pink, aber sie peppt das ein bisschen auf mit dem Blau. Und ja, habe hier auch ein paar Outfits ausgesucht. Sie hat tatsächlich aktuell nur das eine Alltagsoutfit, weil ich mich sehr, sehr schwer getan habe damit. Ein cooles Outfit für sie zu finden. Und das, was ich ihr jetzt hier gegeben habe, finde ich sehr, sehr cool. Aber was weitere Outfits angeht, müssen wir mal schauen. Also da können wir ja vielleicht mit der Zeit noch ein bisschen was hinzufügen. Aber aktuell bleibe ich erstmal bei diesem einen Outfit, was wir haben. Ich finde, das ist sehr, sehr hübsch geworden. Und vor allem habe ich hier wieder mein Lieblingsmotiv verwendet. Das hatten wir ja auch schon in ihrem Teenager-Outfit, also in dem, was sie ganz am Anfang getragen hat gerade. Da war ja auch mein wunderschönes Blumen- und Vogelmuster dabei. Und deswegen dachte ich, bringe ich diese Tradition weiter. Meine liebe Valerie darf dieses Muster gerne weitertragen. Und hat es halt hier auf den Leggings drauf. Und ich finde, da sieht das auch sehr, sehr schick aus. Und ich habe so ein bisschen versucht, irgendwie das richtig aussehen zu lassen. Ich wollte erst so ein bisschen Pink hinzufügen, sowas ganz Sanftes. Und dann habe ich mich am Ende tatsächlich doch für einen Schwarz-Weiß-Look entschieden. Ich finde, das wirkt sehr, sehr cool. Vor allem, weil wir dieses Oberteil hier, so ein bisschen dieses, ja, lange Shirt. Oder ein bisschen übergroße Shirt, weil wir das hier Pink machen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Kontrast, das Pink. Und den ganzen Schwarz und Weiß dazu. Und ja, ich weiß nicht. Ich mag das Outfit sehr gerne. Ich glaube, ich habe dieses Oberteil oder dieses Outfit generell halt einfach noch nie wirklich verwendet. Ich finde das sehr, sehr schick. Und ja, dann kriegt sie natürlich auch noch ein bisschen Make-up. Das habe ich jetzt tatsächlich auch für die Outfits, in denen sie überhaupt Make-up trägt, gleich gelassen. Weil ich glaube schon, dass sie halt jetzt nicht so das super auffälligste Make-up trägt. Sondern halt ihr einfach ein bisschen, ja, so ein bisschen untermalendes Make-up. Und das Auffällige kommt eher durch ihre Haare und durch die Kleidung. Und das Make-up halt eben unterstreicht eben nur so ein bisschen ihr Gesicht. Das ist die Idee dahinter. Und natürlich auch ein Pink. Weiß ich nicht. Ich mag Valeries Outfits. Also ich hatte, ich habe immer anfangs so ein bisschen Probleme damit, weil ich halt wirklich das passende Outfit finden möchte. Aber halt so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es gefunden, dann ist das auch alles wieder sehr viel angenehmer. Ich habe teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass sich halt auch so ein bisschen Stile wiederholen. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht unendlich viele Stile in Sims, wie ich finde. Also gerade an Sims 3. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu unkreativ für bin, um irgendwelche neuen Stile zu finden. Aber ich, also halt gerade wenn man so Stile von Sims 3 und Sims 4 vergleicht, ich finde, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Und da tut mir das schon manchmal, tut das mich schon, oder ja, ist das für mich schon ein bisschen schwer, da manche Stile auch umzusetzen, die ich so in meinem Kopf drin habe. Aber ja, ich finde, sie sieht ganz gut aus. Also mich erinnert sie halt so ein bisschen an Mika und dann Maya. Weiß nicht, das kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich von der Hand weisen. Weil sie halt auch, ne, die bunten Haare hat und die etwas, teilweise etwas freizügigere Kleidung, die ihr halt gefällt. Jetzt im Vergleich zu, keine Ahnung, zum Beispiel Amelie oder Sophia oder sowas. Die haben sich ja nicht so gekleidet, was nichts davon wertet, sondern einfach nur von wegen, dass das so ein bisschen unterschiedlicher Stil ist. Und ja, das ist so ein bisschen das Ding, dass ich aktuell, also dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich so ein wenig gefangen bin in ein paar Stilen und da gar nicht irgendwie so viel Unterschiedlichkeit reinbringe. Ich weiß nicht, ihr könnt ja auch gerne mal irgendwie, ja, so ein bisschen Stile vorschlagen, wie ich zum Beispiel vielleicht Mara gestalten kann, wenn sie eine Teenagerin ist, was wir irgendwie da für eine Idee hinter hätten. Weil irgendwie bin ich so ein bisschen gefangen zwischen sportlich, wie Amelie und Sophia und dann freizügiger, so wie Mika Maia oder jetzt hier Valerie. Und so wirklich was anderes, weiß ich gar nicht. Vielleicht noch süß gäbe es so als dritten Stil. Und ansonsten ein bisschen schwierig, ein bisschen schwierig. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht finden sich da ja noch so ein paar mehr Stile, die mir dann auch in den Kopf kommen, die ich mir dann auch vielleicht merke. Also vielleicht versuche ich auch einfach mal, wenn Mara eine Teenagerin wird, so aktiv, mir einen anderen Stil zu überlegen, das aktiv mal ein bisschen anders zu machen. Also müssen wir mal schauen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe hier allerdings bei der Outdoor-Kleidung von Valerie ein bisschen was anderes gemacht, denn ich habe dieses coole Outfit gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, aus welchem Storeset das ist, aber das ist zu 100% aus einem Storeset. Und es sieht so cool aus. Keine Ahnung. Ich fand es irgendwie sehr, sehr schick und passt irgendwie gar nicht so wirklich zu ihren anderen Outfits. Aber weiß ich nicht. Ich war begeistert davon. Ich dachte, wir probieren das einfach mal aus. Ich finde es sehr, sehr cool. Und ja, deswegen haben wir das hier gewählt als Outfit für die liebe Valerie. Ja, ich weiß nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, was ihr für den Outfit haltet, aber ich finde es ziemlich schick. Und ja, wir geben ihr noch so eine sehr süße Mütze mit Öhrchen dazu, weil warum auch nicht? Wenn man schon so ein Outfit trägt, dann auch noch eine Öhrchenmütze dazu, wie ich finde. Aber ja, das sind dann die Outfits von Valerie und von Mara gewesen. Und nachdem wir hier der Mütze ihr richtigen Farben gegeben haben, gehen wir dann auch in die Gestaltung der Zimmer über. Und das fand ich auch sehr interessant, weil Valeries Zimmer eigentlich eine sehr, sehr anstrengende Form hat, wenn man sich das mal anschaut. Also es ist eigentlich total verwinkelt. Es ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie ein Doppelbett ordentlich reinzustellen. Ähm, da ist eigentlich Maras Zimmer schon ein bisschen besser geformt, aber es ist natürlich ein kleines bisschen kleiner. Deswegen, äh, ja, da hätte man auch nicht wirklich ein Doppelbett reinbekommen. Ähm, deswegen passt das schon so. Aber ich wollte halt auf jeden Fall was neu machen. Ähm, klar, Valeries Zimmer ist ja eigentlich okay gewesen, auch für eine junge Erwachsene. Aber halt, ne, sie ist halt jetzt schon einen großen Teil ihres Teenager-Lebens da drin geblieben. Ähm, deswegen wollte ich da halt schon ein bisschen Abwechslung finden. Ähm, ein bisschen was Neues machen. Neues Bett, neuer Schrank und ein bisschen eine neue Anordnung. Das Bett ist weiterhin nur von einer Seite aus benutzbar. Also für mögliche Technomächte müssen wir einen anderen Ort finden. Aber ich denke mal, das ist okay. Und, ähm, ja, ich habe aber die Deko sonst größtenteils beibehalten, weil sie ist immer noch sehr cool. Und, äh, das ist ja immer noch Valeries Stil. Und, genau, das, das ist so ein bisschen das Ding, was hier passiert ist. Ähm, ich mag auch immer noch die Idee mit dem Fernseher und mit dieser Box dahinter. Also, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass ich das gemacht habe. Aber es ist sehr schön. Also, alles cool. Ähm, ist auch alles ein bisschen länger her, dass ich das gebaut habe, ne. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder gefühlt drei Jahre her oder so. Vielleicht auch tatsächlich, wer weiß. Ähm, ja, und dann die ganzen Erinnerungsstücke aus ihrer Kindheit, aus ihrer Teenager-Zeit gehören ja natürlich her. Und auch mit den Insekten, ne. Halt, wir hatten ja mit Valerie eine Zeit lang so einen Insekten-Blog, so einen Info-Blog. Aber der lief irgendwie nicht so gut, wie ich gehofft habe. Ähm, deswegen muss ich mal gucken, ob wir den irgendwann wiederbeleben. Weil der funktioniert halt nur so wirklich, wenn man irgendwas erlebt, dass das Spiel als Blog-worthy ansieht. Und, weiß ich nicht, ist ein bisschen eine eigenartige Mechanik. Ich würde gerne einfach, wann ich möchte, einen Blog schreiben können und dass der halt auch gut funktioniert. Und dass es nicht irgendwie davon abhängig ist, was meine Sims in der Realität erleben. Weil halt, keine Ahnung, das ist ein Blog. Kann man halt auch so tun, als ob man ein spannendes Leben hätte. Warum müssen meine Sims tatsächlich ein spannendes Leben haben? Dafür, das finde ich nicht fair. Ach, naja. Aber ja. Hier gestalten wir auf jeden Fall gerade die Möbel im Raum. Also, ich habe viel mit Schwarz-Weiß gearbeitet. Ähm, wir hatten ja, ähm, oder wir haben auch aktuell noch relativ dunkle Wände. Die werden wieder ein bisschen heller. Also, ich wollte, ich wollte den Raum ein kleines bisschen aufhellen von ihrer Teenager-Zeit. Ähm, weil ich es vielleicht doch ein bisschen viel finde mittlerweile. Ähm, das machen wir dann ganz am Ende. Und, ähm, ja. Ich habe ihr auch so ein bisschen ein erwachseneres Bett gegeben. Das andere war ja doch schon sehr grungy irgendwie, sehr, sehr Teenager-mäßig. Und, äh, das sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Und ich bin sogar ausnahmsweise mal zufrieden mit der Bettwäsche. Ich finde, die sieht sehr cool aus. Ja, das ist, das ist auch mal eine interessante Sache. Und ja, mit Valerie wollen wir ja gerne umziehen. Also, ich möchte gerne, dass sie aussieht. Ich werde dann auch demnächst, äh, vielleicht mal anfangen, das Haus für sie zu bauen. Ich weiß nicht, ob ich das im Stream auf Twitch machen werde oder ob ich das einfach so mal anfangen werde. Wahrscheinlich im Stream. Mal schauen. Ähm, und da wollen wir ja einen Ort haben, um mit ihrer Band zu üben. Und wir wollen auch ein Tattoo-Studio haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Haus dann am Ende aussehen wird. Ich habe natürlich wie immer so ein bisschen so eine Idee im Kopf. Aber wie das dann tatsächlich, äh, im Spiel aussieht, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ähm, und da, da freue ich mich schon drauf, ähm, mit ihr da umzuziehen. Auch wenn es natürlich dann schade ist, dass wir nicht mehr aktiv mit Valerie spielen. Aber ich denke mal, dass wir schon ziemlich viel Zeit mit ihr verbracht haben. Ich meine, ne, wir, wir kennen sie ja seit ihrer Geburt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie Valerie als Kind war. Ähm, weil das schon so lange her ist. Ich müsste echt mal gucken, wie lange das her ist, seitdem, seitdem Valerie eine Teenagerin geworden ist. Weil, ähm, sie war ja auch schon eine Teenagerin, als wir noch in Salmon Woods, in Salmon Woods war das, glaube ich, äh, gewohnt haben. Also bevor wir mit Elias ausgezogen sind, ähm, war Valerie ja auch schon eine Teenagerin eine Zeit lang. Und, äh, ja, ich habe keine Erinnerung mehr an sie als Kind. Auch irgendwie sehr interessant. Ich weiß nicht, aber halt auch in Sims 3 habe ich das Gefühl, dass die Sims sich auch wirklich erst so im Teenager-Alter so richtig entwickeln. Ähm, da, da finde ich halt eigentlich das Sims 4 schon ganz gut gemacht. Vor allem mit den Charakterwerten. Dass man da schon irgendwie in eine Richtung gehen kann mit seinen Sims. Aber sowieso immer irgendwie, die Kinderphase ist immer ein bisschen vernachlässigt in Sims, oder? Wenn wir ehrlich sind, so die, die Phase, ein Kind zu sein, ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, da, da muss man sich schon echt Mühe geben, irgendwelche coolen Sachen zu machen mit den Kindern. Aber möchte ich auf jeden Fall gerne machen mit Mara. Ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen, so ein bisschen was, äh, Unterhaltsames mit reinbringen. Und, äh, ja, wir haben hier pinkes Licht in dem Raum. Ich finde, das sieht sehr süß aus. Wir haben zum Beispiel auch diese Muschellichterkette, die auch nochmal so ein bisschen pinkes Licht gibt. Ich finde, das wirkt sehr cool hier in dem Raum. Und, äh, ja, dann gehen wir in Maras Zimmer über. Sie hat hier immer noch einen Kamin rumstehen. Ähm, ich stelle mir halt vor, dass der nicht benutzbar ist. Also, ich habe da auch ein paar Möbel dann davor gestellt am Ende, weil ich mir dachte so, ja, der wird halt eh nicht benutzt, der ist da nur zum Deko da. Ähm, das, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, weil ich möchte bestimmt nicht, dass halt irgendwie ein Kind einfach da den Kamin anzündet. Ähm, wir stellen uns einfach vor, dass da gar keine Holzscheite drin sind. Und, dass sowieso auch nichts irgendwie zum Anzünden in der Nähe ist von diesem Kamin. Sondern, dass der halt wirklich nur dekorativ ist. Dass der vielleicht auch schon ein bisschen zugebaut wurde oder irgendwas in der Richtung. Aber ich würde den gerne aus Dekorationszwecken trotzdem beibehalten, weil wir haben ja auch immer noch den Schornstein und irgendwie, das würde sonst gar keinen Sinn ergeben, wenn wir nicht mal mehr den, äh, den Kamin da drin haben. Und so viel Platz nimmt er ja jetzt auch nicht weg. Also, ich, ich denke, es ist okay, den da drin zu lassen. Aber ja, wir haben ja weiterhin so ein bisschen ein Wasserthema drin. Denn erstens mal, unser Kind heißt Mara, wie das Meer. Zweitens, Elias ist ein großer Meeresfan. Ähm, deswegen musste das einfach drinbleiben. Er hat gesagt so, ja, nein, die Fische bleiben. Und, äh, ja, dem besagten Kleinkind, oder nicht Kleinkind, Kinderbackofen, äh, mit dem wir ein bisschen backen können, haben wir jetzt hier in, äh, in der Küche drin. Ich finde das irgendwie sehr süß. Ich stelle mir das vor, dass vielleicht Elias und Mara zusammenbacken, ähm, dass sie vielleicht hier gemeinsam in der Küche auch ab und an mal, äh, Zeit verbringen und Elias ihr vielleicht so ein bisschen kochen, backen beibringt. Das finde ich sehr, sehr süß. Und dann haben wir hier auch noch eine Spielecke. Ähm, unser Kind ist ja ein bisschen verwöhnt geworden durch, durch ihren Geburtstag. Und, äh, jetzt hat sie natürlich auch ganz viele Spielzeuge und Plüschtiere und sowas. Also, ja, ist doch vielleicht ein bisschen ein verwöhntes Kind. Und ich habe hier außerdem eine Ballettstange platziert. Ähm, ich würde gerne mit ihr auch in, äh, ins Ballett gehen, in der Schule. Und, äh, ja, das, das finde ich eigentlich alles ganz passend. Ich habe hier versucht, natürlich noch ein bisschen weiter zu dekorieren. Wir haben, ähm, den Hut und das Giraffenbild von ihrem Geburtstag aufgehängt. Ähm, genau. Wir haben hier noch unter dem Bett eine kleine Sitzecke, weil ich fand das ganz schön. Der Raum ist nicht besonders groß, da bietet sich ein Hochbett auf jeden Fall an. Und dann haben wir halt hier noch eine kleine Sitzecke darunter. Das ist eigentlich ganz niedlich. Also, ich meine, ne, so den Platz hätte es nicht unbedingt gebraucht. Wir hätten auch nur mal das Bett hinmachen können. Aber ich finde es so ein bisschen schöner. Ähm, so fühlt sich der Raum auch nochmal ein bisschen größer an. Und das, das ist ja eigentlich auch ganz wichtig. Und, äh, ja. Also, wie gesagt, für das zweite Kind habe ich noch so gar keine Pläne. Wir schauen einfach mal, wann das kommt, was wir da mit dem Kind machen können. Ähm, ich weiß ich nicht. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das vielleicht auch so im Gameplay entwickelt. Was, was so zu den Sims passt. Und, äh, deswegen lasse ich das so ein bisschen auf mich zukommen. Aber, ja. So, ne, wenn ihr, wenn ihr Wünsche und Vorschläge habt, was Mara so alles machen könnte. Ähm, was wir mit Mara so erforschen können. Was wir vielleicht noch nicht gemacht haben. Dann, äh, lasst es mich wissen. Wie gesagt, es gab schon ein paar Kommentare, ein paar sehr gute Ideen. Und, äh, habe mir da auf jeden Fall auch schon ein paar Möglichkeiten rausgezogen, was wir machen können. Aber, wie gesagt, ich bin da noch nicht festgelegt. Könnte immer noch weiter Vorschläge machen. Und ich versuche halt einfach nur neue Sachen auszuprobieren. Weil das ist halt irgendwie auch was, was mir an Sims Spaß macht. Was ich auch in Sims 3 einfach sehr cool finde. Wie viele Dinge es gibt. Wie viele Dinge man machen kann. Was man mit den Sims alles erkunden, erforschen kann. Ähm, was man da alles kennenlernen kann. Deswegen, äh, möchte ich da einfach gerne die ganze Bandbreite hier, ähm, erforschen und herausfinden. Und, ja. Ähm, haben hier natürlich noch das ganze Kinderzimmer süß gestaltet und bunt eingefärbt. Und hier auch ein paar Farben verwendet. Ähm, in Violett. Und auch so ein bisschen mit dem Türkis. Das habe ich zuletzt bei Samuel gemacht. Das ist mir dann aufgefallen. Ich finde irgendwie die Violett-Türkis-Kombo richtig gut. Also schon bei Samuel fand ich die klasse. Das waren irgendwie so seine zwei Lieblingsfarben. Und jetzt mache ich das bei Mara hier einfach wieder. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich, ich finde einfach Violett, ähm, kombiniert sich sehr, sehr gut mit Türkis. Ich finde tatsächlich sogar diese beiden Farben passen am besten zusammen. Also halt die Komplementärfarbe von Violett ist ja eigentlich gelb. Aber ich finde diese beiden Farben passen nicht zusammen. Deswegen, ich finde tatsächlich Violett und Grün und Violett und Türkis passen sehr viel besser zusammen. Oder zumindest das Violett, was ich halt hier verwendet habe. Ähm, ich finde das passt sehr viel besser zu so einem Grün- oder Türkis-Ton. Und deswegen habe ich das hier verwendet. Ähm, aber ich, ich finde trotzdem, dass es einen ganz anderen Look hat, als jetzt das Zimmer von Samuel hatte. Ähm, das ging ja doch thematisch nochmal in eine andere Richtung. Und, äh, ja, das, das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Gedanken dahinter. Ähm, ja, aber ich finde das, das Zimmer ist sehr süß. Ich finde, es wirkt sehr gemütlich. Wir haben hier eine Schreibtisch-Ecke. Ähm, wir haben halt die ganzen, die ganzen Spielmöglichkeiten und Bücherregalen eben im Kamin. Und, äh, die Ballettstange auch, ähm, dass ihr das auch noch so ein bisschen Hobby-mäßig machen könnt. Ich finde das einfach ganz gut, wenn auch die Kinder so ein paar Hobbys haben, dass wir immer so ein bisschen was zu tun haben mit denen. Ähm, dass, dass wir wissen, was wir, was wir mit denen anstellen können. Ich mag es halt, wenn meine Sims lieber zu viele Hobbys und zu viele Sachen zu tun haben, anstatt zu wenig. Weil dann muss ich mir keine Gedanken machen, so, ah, was machen wir jetzt heute mit dem Sim? Und so irgendwie ein bisschen langweilig mit dem Sim, weil das wird es nicht, wenn der Sim ganz viele Hobbys hat. Das ist die Idee. Und, ähm, dann wird hier nur noch ein Teppich gestaltet. Und dann, ähm, packe ich sogar noch so ein paar Sachen nach draußen. Ähm, weil ich mir dann dachte, hey, jetzt haben wir ein Kind im Haushalt. Jetzt können wir vielleicht noch ein paar mehr Spielmöglichkeiten in den Garten bringen. Wir haben da ja schon den, äh, das Fußballtor. Und wir haben auch schon, ähm, das Wikinger-Schach rumstehen. Aber ich, äh, füge dann gleich noch ein Baumhaus hinzu und eine Wippe. Die kommen hier noch in den Garten. Hier ist ja eigentlich auch noch ganz viel Platz im Garten. Und, äh, für das Baumhaus habe ich diesen schönen Baum. Ich glaube, es ist ein Olivenbaum. Äh, den habe ich ausgetauscht, auch wenn ich diesen Baum liebe. Aber Baumhaus ist halt auch cool. Und ja, dann haben wir hier noch ein paar Screenshots von den beiden Räumen, die wir hier gestaltet haben. Ähm, und dann sehen wir uns, ähm, hoffentlich bald wieder. Im Gameplay mit Familie Reuss. Ähm, ich kann euch jetzt schon sagen, die nächste Folge wird eine sehr lange Folge. Ich habe nicht mitbekommen, dass ich so plötzlich eine Stunde Gameplay aufgenommen habe. Ähm, aber ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und, ähm, ja, lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Umstyling und von dem Umbau von den beiden haltet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!